Bayerns beste Bioprodukte. Das sind zehn ganz besondere Schmankerlen, die jedes Jahr von der LVÖ Bayern ausgezeichnet prämiert werden. Mit diesem Wettbewerb wollen wir Ihnen zeigen, was Bio aus Bayern ausmacht. Es geht dabei um umfassende Nachhaltigkeit. Es geht um Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz. Es geht aber auch um Engagement in der Region und um Lebensmittel aus der Region. Und es geht natürlich um den ganz besonderen Geschmack. Liebe Gewinnerinnen, liebe Gewinner, zunächst einmal möchte ich Ihnen zu Ihrer verdienten Auszeichnung Bayerns bestes Bioprodukt von ganzem Herzen gratulieren. Dieser Wettbewerb zeigt mir wieder einmal, wie nachhaltig und innovativ unsere bayerischen Bio-Betriebe sind und vor allem wie kreativ sie sind. Das, ehrlich gesagt, erfüllt mich schon mit Stolz. Und jetzt bleibt mir nur mehr zu wünschen. Beeindrucken Sie uns Bayern auch weiterhin mit dem einzigartigen Geschmack ihrer besonderen Bioprodukte. Herzlichen Dank für Ihr Engagement. Alles Gute und Gottes Segen. Und jetzt lassen Sie sich inspirieren. Entdecken Sie Bayerns beste Bioprodukte. Wir sind heute bei Münchner Kindelsenf in Fürstenverbruck und wir stellen hier seit 35 Jahren biologischen Senf her und mittlerweile auch Mayonesen und Barbecue-Soßen. Wir haben eine hundertjährige Tradition. Wir kommen vom Münchner Viktualienmarkt. Da hat alles mit dem süßen Senf angefangen und unser Opa hat das weitergemacht. Unser Vater und jetzt eben wir. Genau. Bayern ist für uns ganz wichtig, weil der Senf da auch gestartet hat. Also diese Familientradition. Und nicht nur das, dadurch, dass uns Regionalität so wichtig ist, haben wir auch ganz viele Rohstoffe aus Bayern, die wir in den Produkten verwenden. Das Tolle ist, dass die Senfkerner eben aus Bayern kommen. Der Zucker kommt aus Bayern, der Essig kommt aus Bayern. Und das sind alles drei Rohstoffe von Lieferanten, mit denen wir eben seit 25 Jahren zusammenarbeiten. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis und das ist das, was eigentlich das Produkt so schön macht. Das Spannende ist, Senf ist ein sehr handwerkliches Produkt. Senf ist etwas, wo man wirklich dabei sein muss. Dadurch, dass der Senfkorn an sich nicht scharf ist, sondern erst, wenn Wasser dazu kommt. Das reagiert aber immer unterschiedlich. Also die Fermentation passiert mal nach ein paar Stunden, mal erst nach einem Tag. Deswegen ist es so wichtig, dass es handwerklich begleitet wird. Also wir sind Bioland zertifiziert und Demeter zertifiziert. Für uns ist es einfach nochmal einen Schritt weiter zu gehen zu dem normalen EU-Bio-Siegel, da die Verbandsware auch teilweise viel strenger ist und uns es auch wichtig ist. Gerade über den Preis, das beste bayerisches Bioprodukt für unseren mittelscharfen Senf. Wir freuen uns wahnsinnig und für uns ist unsere Qualität ganz, ganz wichtig. Also uns ist es wichtig, das beste Produkt herzustellen, weil nichts anderes haben unsere Kunden verdient. Ein tolles Produkt auf dem Tisch stehen zu haben, uns genießen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.